Und Willkommen zu Let's Play Poker Mystery Dungeon Okonistukleppan 119 von der M3 614 In die Himmelstufe, auf der Suche nach der Eremonika Ja, die... Fuck! Himmelstufe, den ganzen Schellen, 50 Ebenen! Oh, Freude! Ich hoffe, wir krepieren hier auf halbem Weg, das Ganze normal zu machen, das wäre wirklich... Urgh! Ganz toll! Aber so wie ich uns kennen und unsere Fähigkeiten, werden wir genau das machen, glaube ich. Fuck! Ich lass mich nicht allein mit dem! Wimper! Yay! Oh Gott, er hat es mir hinbekommen! Meins! Oh, ich meine, Treppe! Oh Gott, bitte töte ihn nicht! Uh, mehr Foi-Foi! Hihihi! Hihihi! Oh, das wollte ich nicht! Tja, schlecht! Verdammt! Selbst schlecht! Hier, bitte! Was soll ich jetzt sagen? Du musst vergessen! Naja, mehr Angst denn denn! Hihihi! Also, der Sandantische macht mir zwar Angst, aber... Jetzt grad gefällt er mir! Äh, gefällt er mir! Mal gucken, wie lange das anhält! Wahrscheinlich, bis ich den ersten Gläber soll verlieren! Glaub ich nochmal? Ach ja, sieben! Jetzt schon! Das sind aber 10 Ebenen! Ui! Ich hätte mehr Äpfel einpacken sollen! Den hab ich eigentlich! Oh, der ist schon gekommen! Schön! Äh... Eins! Ich muss noch mal eins anfangen! Äh... Eins! Oh! Ich hab einen Apfel! Ich hab hier jetzt mehr eingepackt! Oh, das ist nicht gut! Äh, das ist überhaupt nicht gut! Fuck! Das ist so schlecht! Oh man! Das wird lustig! So lustig ist mein Auflusttraining damit! Ich hab's eigentlich nie geschafft, weil ich immer verhungert bin! Jedes Mal! Ach! Okay, fang mal auf! Wurde ich getötet, aber die meisten Zeit bin ich verhungert! Weil mir keine Eifel mitnehmen kann! Okay... Ich dachte, ich hätte mehr Äpfel... Oh mein Gott! Okay, wir werden schon mal nicht verhungern! Wie gesagt, sonst essen wir Kevin! Eines Tages wird das passieren! Dann werden wir ihn essen! Äh... Steve hat ihn fest! Plinfa hat ihn gesagt! Und ich werde ihn dann umbringen! Oder essen wir ihn! Ich meine, Plinfa kann ich nicht umbringen! Es ist Plinfa! Fuck! Das wollte ich nicht! Spring ich nicht übers Herz! Steve ist eine Spinde! Die will ich nicht essen! Aber Kevin... ist Kevin! Es ist Kevin! Oh fuck! Oh fuck! Nicht gut! Okay! Hier ist auch noch einen! Bitteschön! Sehr effektiv! Das ist toll! Und du rennst auch gut! Verdammt! Jedes Mal! So! Bye Bye! Oh! Brauche ich nicht! Schön! Find ihn nicht mal! Verdammt! Ach shit! Strahlab oder so Kevin! Kommen! Die ist hier gut! Wo ist das Ding da? Nein! Noam! So! Heaven! Gott dammit! Alles nie mal zusammen! Glaub ich dich? Ja! Tu ich! Yay! Bye Bye! Ich guck bis dahin! Oh ne! Okay! Ich kann gucken wie stark die hier sind! Hm! Soll ich meine Illusion, dass ich es hier schaffen könnte, zerstören, indem ich das mache? Oh mein Gott! Dieser Dungeon ist toll! Leber Sammel! Leber Sammel! Leber Sammel! Jetzt noch ein paar mehr Äpfel, dann wäre das wirklich super! Obwohl... Leber Sammel wäre doch besser! Oder zumindest Flare Sammel! Flare Sammel würde ich auch immer nehmen! Okay, das kann ich schon! Okay, weiter geht's! Noch kommen wir gut voran! Hast du das noch ein Pimpfer? Ja, tut's so! Level up! Ausgezeichnet! Mein Level ist gestiegen! Hast du fein gemacht! Das ist ein braver Pinguin! Deswegen werde ich die Universen nur Kevin! Okay, das läuft doch ganz gut! Noch kein Level ist er verloren! Das wundert mich immer mehr! Okay! Soll mir recht sein! Stöck! Meins! Oder Stöck sagen! Stöck! Und... Oh mein Gott Treppe! Mann, der Fall läuft das so gut bei uns! Oh fuck, ich wollte ich nicht! Okay! Ah, passt! Fuck! Oh man! Wir haben doch gerade das gefunden! Dammit! Jetzt kann ich einen... Oh, schön verwinkelt! Ach, das ist toll! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich meine, das wusste ich natürlich! Ich habe doch vollstes Vertrauen in mein Team! Hehe! He! 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 Vollstes Vertrauen! Nein! Ich habe gar einen Kevin! Ich bin gar keinen Kevin! Gar den Kevin, meine ich natürlich auch! Schon wieder? Das war doch gerade erst! Aber das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut! Das ist wie gesagt, ich will immer gucken, wie viele Einträge ich habe, bevor man in einen Dungeon rennt. Nicht so wie ich! Jedes Mal! Zumindest guck ich viele Belieber, was ich habe, aber sonst auch nichts anderes. Woher komm ich da unten hin? Oh Gott. Oh, du brennst doch gut, oder? Ja, tust du! Yay! Ne, hier lang, okay. Äh, oder nicht? Wo war ich denn noch? Nicht, äh... Ich seh, die Karte hier auch, finde ich ganz toll. Ach, da, okay. Nein, man hat's gefunden. Ja, ist ja gut. Haben wir nicht gerade das vom Pipeline gegessen? Moment, nein. Okay, jetzt können wir. Oh, wir müssen schon weiter. Ach, Mann, oh. Oh, okay, ich kann hier auch packen, wenn du willst, aber eigentlich den auch hinten abpacken, aber okay. Ich fucke alles gerne ab. Hast du so ein Pfeffer? Ja, tust du. Oh, meins. 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 Oh, meins. Taha! Oh, das war knapp. Ist aber das Ding gewesen. Oh, hi. Komm, willst du Stock haben? Ich hab grad welche. Einen Moment. Wo sind die? Einen Moment. Jetzt gleich. Ah, da! Stock! Und das hier. Level up! Oh, eine Attacke. Och, Mann, oh. Obwohl, mit der Attacke ich eigentlich hab, bin ich eigentlich von zufrieden gerade. Also, sogar mit Walzer. Ist doch noch nützlich herausgestellt. Oh, schon wieder? Okay, Moment. Da ist noch ein Apfel. Da ist noch ein Apfel. Da ist noch ein Apfel. Mann. Da ist noch kein Apfel mehr. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich bin aber noch nicht mal die Hälfte und bin schon da, irgendwas zu essen. Ich hab nur ne Abrina-Beere. Ich hebe jetzt einfach mal alles auf, was man essen könnte. Das ist meine Notpost-Strategie, einfach alles essen, was auf dem Hohn liegt. Oh Mann, das ist so lustig. Oh, Treppe. Oh. Was geht denn hier lang? Ach, das ist schön. Vielen Dank auch Langen. Du kannst mich mal. Okay, jetzt gerade wäre ich ein Apfel, ganz toll. Oder zwei, oder drei, oder irgendwas zu essen. Oh Gott. Ich bin nervös. Ich fang wieder an Nonsens zu labern, oder so. Mehr Nonsens als sonst. Für nur, wenn ich in diesen Nonsens schon verhungere, alles normal machen. Wenn ich jetzt verhungere, dann ist das ein bisschen eher was an weniger. Und dann ist sowieso schon verkehrt und die meisten würde ich eh wieder verlieren. Und dann kann ich wieder horten. Und na. Und ich hasse Horten. Oh, das ist auch leer. Oh, das ist schön. Okay, wir gehen uns zur Hälfte. Bye bye. Die Idee wird schon mal toll. Verdammt. Okay. Oh. 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 Und verdammt. Okay, dann kriegst du halt einen Stock. Bitte. Ich bin ja nicht so leerisch mit dem, was ich euch entgegen schleudere. Hier bitte einen Stock. Und noch einen Stock. So. Bitte. Ja, vielen Dank, Steve. Steve. Einfach ignorieren. So. Bye bye. Oh Gott. Ich hab' gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh fuck. Stuck zur Rettung. Yay. Die ist einfach mal so. Es ist, weil es auf dem Boden liegt. Um nicht zu verhungern. Oh Gott. So. Haha. Zu spät. Oh mein Gott. Hier liegt viel Kram. Meins. Oh mein Gott. Ein Apfel. Äh. Soll ich glaube ich nicht essen. Die ist ja gut, Steve. Was ist denn hier überhaupt? Auch da. Oh Gott. Nicht versehen. Apfel. Kann ich gleich schon mal essen. So. No. So. Viel besser. Oh hi. Was suchst du da? Oh. Achso. Wow. Das war effektiv. Oh mein Gott. Hier hast du Stock dafür. Stock. Yay. Okay. Weitergeziehen. Hast du fast die Helfen noch keinen Beliebersamm verloren? Das macht mich grad recht. Park. Hier hebst du auf. Hier hast du noch einen. Und noch einen. So. Meins. Ist echt echt auszureichen. Unhöflich. Oh. Den brauch ich. Jetzt kann ich meinen Belieberser wieder einsetzen. Oh. Ich kann die Steine werfen. Yay. Ich hätte gesagt, sie werden noch geworfen werden. Irgendwann. Geld. Meins. Schau. Oh. Im Kreis. Ganz toll. Und. Oh. Hier unten geht es weiter. Okay. Schlafen lassen. Ah. Egal. Nein. Schlafen lassen. Das kann ja was doofes machen. Steve. Wir haben es kapiert. Steve. Vielen Dank. Oh Gott. Damn it. Steve. Was ist jetzt Steve? Schön. Sollst du noch ein paar Apiele übrig lassen. Wir haben nur ein bisschen was vor uns. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Ja cool. Fast die Elf haben wir schon. Aber trotzdem. Äh. Wollen wir nicht. Wenn das mal die ganze Ebene überanhalten würde. Dann würde ich es mehr einsetzen. Aber so. Ja. Fick dich doch. Einen Moment. Stopp. Machst du's mal. Das ist doch eine Stoppille. Okay. Ich liebe es, sie mit Stöcken aufzuspießen. Oder Eisenhorn. Oder Silberhorn. Oder so immer. Und hier einfach Feuer entgegenzuschleunern. Ja. Feuer ist doch am besten. Mehr Feuer. Boi, boi. Hihihi. Ach, pennt der? Lass mich mal schlafen. Mehr brauche ich noch nicht. Soll ich jetzt die Sicherheit mitnehmen? Ach, wie soll's. Ich glaube, das werde ich jetzt später breuen. Aber egal. Da kommt schon eh wieder mal. Irgendwann einer. Yay. Hälfte. Woo. Kein Belehrer. Seit wann? Wieso hast du schon mal die Hälfte geschafft haben ohne Belehrer zu verlieren bei so einem langen Dungeon? Nicht, dass ich mich erinnern konnte. Das war schon ein paar Mal, aber das war ja ein kurzer Dungeon. Oh fuck. Goddammit. Pippa. Goddammit. Oh, das ist so schön. Einen Moment. Och ne. Oh man. Was ist so schön. Pippa bitte. Oh, das ist nicht gut. 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 Och shhh. Huh! Fick dich! Alter. Idiot! Na gut, fast die Hälfte und dann schimm mal voll jeder, dann verloren lachen. Mann. Haben wir noch 6 oder so, oder? Ja, ich glaub schon, einen haben wir ja noch gefunden. STEINE! Äh, das war aber irgendwie zu erwarten. Oh. Bye-bye. Ich will jetzt wieder AP. Das ist auch toll. Wollen wir den Bliebassern? Ich wurde von Tentakeln umklammert. Auf jeden Fall mach du das. Ach Gott, dammit! Ich kriege noch was ganz deinig. Ja, entscheid dich mal. Im Moment, da hast du den Stein für... Hier wird das getrennt, da hast du den Stein. Na, so ein Stein. Goldblämpfer! Kannst du alle mal aufheben? Dankeschön. Äh, da. Die Wetteblämpfer. Oh, shit. Au. Alter! Einen Moment. So, voll falsch. Ich würde zu gerne einen Stein, wo auch der Wettbewerb mit dir machen, aber so geht's schneller. Voll nicht. Weiter geht's. Das wäre wirklich besser, als ich dachte. Wäre das besser. Ich würde schon mal lieber sagen, wenn du... Ah, Gott. Hi. Ich will jetzt mal sagen, was ich sagen wollte. Vielen Dank auch. Ich wollte immer mal einen Gengar im Team haben, bei den normalen Spielen, aber... Fuck. Bei den letzten, wo ich es haben wollte, konnte man die nicht frei fallen, und ich wollte so fordern, zu tauschen. Mal gucken, wie es jetzt bei den nächsten Spielen ist. Essen, was auf dem Boden liegt. Oh, stimmt. Oh, so mal ist er noch fast voll. Okay. Oh, Moment. Meins. Zack. Du bist ein... ...Stri-Luku brauchen. Äh, was kann ich denn tauschen? Irgendwann ist so viel Scheiße drin. Was kann ich noch essen? Essen weg, okay. Gut. Da müssen unsere Deppi mal wieder alleine rumieren. Was ich glaube, ich irgendwann tun werde. Oh, shit. Einen Moment, das kann ich auch. Bye, bye! Okay. Keiner greift mein Thema an. Ich bin die Einzige, die das darf. Ach, bist du am Schlafen? Ach, wie süß. Hier ist der Fall, heute. Ist eine schöne Art, aufgeweckt zu werden. Fuck. Oh, du hast was. Ich glaube nicht. Kann da mal irgendwas kommen? Oh, äh, freundlich. Yay. Und... Oh, zackgasse. Verdammt. Oh, nee. Hier ist der Fall frei. Werderschön. Habe ich schon eins? Ich glaube schon. Oh nein, vielen Dank. Also, das war der letzte Malpro von der Speed Dungeon. Obwohl, die ist doch gleich Part 119, glaube ich. Ich glaube schon. Danke, bis zum nächsten Mal. Miep, miep. Das war der Fall. Und... Also, ich glaube schon.